Ja und herzlich willkommen zu einem... Oh mein Gott, es verwirrt mich hier vorhin mein Bandicam-Fenster auf dem zweiten Bildschirm. Oh, da ist ein einfacher Gürmchen. Willkommen zu einem Random-Video. Ich hab mir gedacht... Oh. Da geh ich lieber auf Offline, eher in Steam. Und da dachte ich mir so... Hm. Oder ehrlich gesagt, der Zillot dachte sich mal... Ja, du bringst doch nur ein randomes Mann, der raus. Mach doch mal ein bisschen Abwechslung. Und darum dachte ich mir... Random-Videos und darum nehme ich jetzt irgendwas auf, was ich gerade spiele. Und da ist es Skyrim. Ja, ich hab mir einfach gedacht, ich hab Bock auf Skyrim, dann spiel ich jetzt Skyrim. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo, hab so eine Axt und ich spiel einen Ork. Ich hab ihn in Loktaoga getauft, was er Sieg oder Tod heißt. In der orkischen Sprache. Zumindest in World of Warcraft. Und ich hab auch ein paar Mods installiert und da würde ich euch etwas zeigen, was ich habe. Denn ich habe den legendären, zu sagenumwogenden, allesvernichtenden... Und ja, ich hab vorhin das Draw geguckt, von ApeCram, dem besten Format auf YouTube. Den sagenumwogenden, weltenzerstörenden, Orks zusammenbringenden, drachenvernichtenden... Doomhammer! Ja, ich hab den Doomhammer! Waffen... Doomhammer! E-pisch! Oh yeah! Moment, da unten kann man auch das... Äh, wo kann man hier den Namen sehen nochmal? Hä, hier können... Man kann doch irgendwo den... ...namen sehen. Ah, da, Name Doktaoga! Ja, ja, voll gorg! Yeah! Oh ja, ich hab hier nicht dieses Sky-UI oder sowas drin, weil... Ich dachte mir, jetzt mach ich noch nicht rein, aber... Vielleicht machen wir mal irgendwann das Play von Skyrim. Wenn er jetzt nicht irgendwer so ausgelutscht ist. Oh, so ein Schlammkrabbe. Kill it with fire! Oder meiner Seelenaxe. Ich renne hier eigentlich grad irgendwo in der Gegend rum. Äh, sollte ich ja nicht aufmachen. Aber, ich bin hier... Gehen wir nach Einsamkeit. Genau. Denn wenn dich die Einsamkeit packt... Gehen wir nach Einsamkeit. Oh yeah! Ich weiß gar nicht mal... Ich bin wahrscheinlich für euch jetzt irgendwie etwas anders... ...als wie in meinen Randall's Mondays Videos, aber... Randall's Mondays ist nicht Skyrim. Hier passiert mehr Action. Obwohl ich Skyrim eigentlich irgendwo scheiße finde, aber... Irgendwann hab ich grad... Hab ich wieder Bock zu spielen. Irgendwann... Kommt immer dieser Moment... Da spiele ich Skyrim... Und dann lasse ich es einfach ein ganzes Jahr liegen. Und spiele mit einem Charakter, soweit. Die Kampagnen durch. So, äh... Daungard und... Das Normale, weil... Das Dragonborn hab ich noch nicht. Ja, ich hab das immer noch nicht. Obwohl er schon... So lang... Draußen ist. Und... Ja. Ah, da oben sieht man das schon. Zumindest denke ich das. Ja, da oben sieht man das schon. Da ist so ein hessliche Windmühle. Ich hätte jetzt auch runterfallen können, aber... Ich bin kein ungeschickter Ork. Bin ich das Monster, für das mich alle halten? Denn ich bin Thrill. Ich hab den Doomhammer. Und ich kann Blitz hier schießen, ja. Also, ihr könnt mir gar nichts. Ja, guck. Ich kann Blitz hier schießen. Ich kann hier auch so Feuer machen. Ja. Äh... Äh... Lol. Ach, das ist ja... Ah... Ah... Ich muss meinen Bogen wieder auf die vier legen. Ja, guck. Ich kann auch hier... Mit der Macht des... Äh... Winters, ja. Bin voll der mächtige Schamane, man. Voll mächtig. Ihr müsstet jetzt mein Gesicht sehen, aber... Tja, das könnt ihr nicht, weil ich hab keine Facecam an. Tja. Tja. Tja, tja, tja. Tja. Oh ja, wir haben wieder mittels in der Nacht. Ich nehme momentan irgendwie voll... Irgendwann immer in der Nacht auf. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch noch Rennes Monday aufnehmen. Ich nehme mich aber momentan gerne auf. Mein Ventilator ist an. Den spüre ich auch an meinem Arm. Und ja. Oh. Hallo? Du böses Tier. Oh, nein. Ich diese Mal lach ich nicht so behindert wie bei Rennes Monday. Denn, ich sag nur, sagtest du gerade allergeilste? Die Folge kommt am meisten morgen raus. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören, diese... Ich weiß zwar nicht, gegen welches Gesetz ihr mit euren Aktivitäten gerade verstoßt, aber ich werde euch dennoch einsperren, wenn es sein muss. Ich werde euch im Auge behalten. Ja, ja. Ich zeig dir mal, wie mächtig ich als Schamane bin, man. Ja, du Hammer. Spüre die Macht des legendären Doomhammers. Ja, Mann. Ich hab dir ja voll ans Gesicht geschlagen. Stirb, du Bär. Wo ist das Kind, hä? Wo? Hätt ich die US-Version, dann könnte ich die Kinder töten. Bei dem Geist meiner verstorbenen, nicht verstorbenen Mutter. Ich würde euch alle töten. Und mit dir fang ich an. Ah. Ja. Ja, das sind einfach random Videos. Die kommen einfach mal so, wenn ich Bock hab. Und ich hab gerade Bock, also kommen wir einfach. Ich werde das wahrscheinlich ein bisschen länger aufnehmen, vielleicht so eine Stunde, mach zwei Parts draus. Ich werde dich so, vielleicht so eine halbe Stunde halten, je nachdem, wie ich gerade Lust hab und wie viel ich an Aufnahme da hab. Wenn ich mal etwas weniger da hab, dann hab ich etwas weniger. Ich werde einfach eine Playlist für random Videos machen. Ich jetzt einfach random, äh, einfach Skyrim, random Video, random Skyrim oder... Nein, ich werde es so random Videos nennen und dann einfach mal Skyrim... Der Amoklauf im Buschwald oder so. Keine Ahnung. Irgendwas würde ich schon einfallen. Ja, irgendwas ich da tue. 2,1 Gigabyte. 1 Co... Äh, schlash... 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 1,52 TB. Das ist zu stark für den Doomhammer. Ich brauche Sulfuras. Dum, 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 dum... Ja, wobei, Sulfuras hätte ich wirklich dabei haben sollen. Seht ihr, der Doomhammer ist OP. Spür die Macht der Winde. Spür die Macht der Winde. Ha, 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 ja, ha. Ja. Und so ist das immer, wenn ich Skyrim spiele, also. Dann geht das immer so richtig ab. Oh. Ich will Exekutionen sehen, Mann. Ja, okay, das ist langweilig. Mach voll wenig Schaden, Mann. Ihr seid zu gütig, Vivian. Rockweer, ihr habt Ulfric Sturmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig... Ich kann immer noch nicht glauben, dass er gewusst hat, was er tat, als er dieses Tor öffnete. Wenn ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten? Er verhielt es nicht zu sprechen! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfric hat Tauric herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns, Frau. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Buh! Alter, die Schnauze! Er hat ein orkisches Schwert. An heutigen Tage breche ich auf nach Sofengarde. Äh, ich will... Ha! Jetzt hab ich mein Amulett des Talos. Hey, hey, du, hey! Vorsicht in meiner Stadt! Diese Axt wollt ihr nicht in Aktion erleben. Ach, was. Ist jetzt vorbei. Lo, du! Ich will mit dir reden. Einen Lauch brauche ich nicht. Okay. Okay. So einen Lauch brauche ich nicht. Ich kenne genug... Äh, ich kenne genug Lauchs oder so. Oder wie die Merza von Lauch ist. Kenne ich an sich genug davon, also... Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Das muss unbedingt in mein Teil der Edda. Ich freue mich, dass ihr euch... Ich nehme an, jetzt ist alles vorbei. Ich hatte gedacht... Ach, ich weiß nicht, was ich... Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Lasst mich in Ruhe. And I were. Willkommen im zwinkernden Skewer, mein Freund. Warum? Nun, als kleiner Junge hatte ich einen Skewer als Haustier. Und er hat immer gezwinkert. Denke ich auch. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer... Ich habe eh genug Gold, also. Nein, ich cheate nicht. Oh, mein Arsch schwitzt. Ah, jetzt. Jetzt. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Raus aus meinem Zimmer. Go. Das ist mein Zimmer. Das will ich behalten. Oh, Sahneschnitte. Oh, Brot. Oh, Tabletten. Äh, das Tablet brauche ich nicht. Was hat er so rumgetan? Ich breche den Morgengrauen auf. Und das um 8 Uhr, wenn die Läden ausmachen. Fuh. 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 uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert, sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet, aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer aufgrund. Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Mit dem Bauch voller Mäht wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Oh, Harzen, die sehen so süß aus, wenn die da dranhängen. Das ist ein Screenshot wert. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Würde ich wohl, wenn da nicht mein Sohn wäre und meine Frau. Oh, Seymar würde mir ans Leder gehen, sollte ich auch nur andeuten, den Fuß auf ein Schlachtfeld setzen zu wollen. Ihr haltet Sturmmäntel und kaiserliche Soldaten für gefährlich? Na, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Holzfäller-Axt brauche ich alles. Pelz-Armschienen im festen Griff. Oh, Redekunst verbessert. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Ja, manche Sachen sind bei mir auch englisch und ich habe ja auch Cheater-Mods installiert, die mir einfach mal, wenn ich hier so, wenn ich beispielsweise hier rangehe ans Gap-Gestell, dann kriege ich halt immer so XP und sowas. Auch wenn ich, beispielsweise wenn ich koche, kriege ich Alchemie-XP und sowas. Oder wenn ich, äh, kriege auch so Schmelz-XP, wenn ich, weil ich so, also für Schmiedekunst kriege ich dann, wenn ich schmelze, so erst einschmelze, kriege ich für Schmiedekunst Erfahrungspunkte und sowas. Ich finde es ganz nützlich eigentlich, weil man levelt der so langsam bei Schmiedekunst. Haha, der war gut. Nein, Spaß, das ist wirklich so. So, brauche ich nicht irgendwie 10.000 Eisen solche Schmieden, bevor ich da rustlevel. Ich habe mir auch ein paar andere Sachen... Es liegt Frost in der Luft. Ja, ja, ja. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ich kann noch mal ein bisschen was zeigen. Hier unter Eisen ist nichts, aber unter... Räserlich, was ist denn da? Achso. Vielleicht unter Stahl, so Armageddon, die Waffe kenne ich nicht, das sind so WoW-Waffen. Dann Blockades of the Shield, Brawl Sword of the Crown, Bulwark of Asinov, das kenne ich. Das sind solche Sachen aus der Scherbenwelt, so 60er Burning Crusade Sachen halt. Da ist der Corrupt Ashbringer, ich wollte gerade Ashbringer sagen. Fünf Stahlwaren, ein D3H. Dann Destiny, der Doomhammer, Edge of Agony, Fyrex Wrist Chopper. Fee, das kenne ich auch nicht. Frostbund, die legendäre Klinge. Dann Gor Hone. Ich weiß gar nicht, ich meine es heißt Blutschrei, oder? Ich weiß die deutsche Namen jetzt gerade nicht mehr, aber... Es ist die Klinge von Garrosh Höllschrei. Eigentlich von Grom, äh, von Grom Hellscream, aber wurde ja an seinen Sohn übergeben. Dann Great Axe of the Ebon Blade, den kenne ich auch, aber... Ich weiß nicht genau, der Hammer of the Nauru. Den Dings trug, ähm, wie heißt denn jetzt nochmal? Der, 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 der... Komische Draenider. Der auch auf Draenor war, zumindest dahin ist. Ah, hier genau, Marat. Genau, der, der, den Hammer of the Nauru. Aber... Vielleicht jetzt nicht mehr, ich hab keine Ahnung. Moring Star of Heroic Will. Das Heroic Willens. Ich kenne den Großteil der Waffen eigentlich nicht. Jetzt heißt es mit Morn, das kenne ich schon. Shadow Morn. Dann das hier. Kenne ich auch nicht so, das auch nicht. Den Stalldorf kenne ich überhaupt nicht. Alles unbekannte Waffen aus World of Warcraft. Und Sulfuras. Se... Extinguished. Sulfuras. Die legendäre Waffe des... einzig wahren... legendären Ragnaros. Sulfuras. Thunder Fury. Der Name kommt bekannt vor. The Torch of the Damned, kenne ich nicht. Und dann die, äh... Warglave of Asinov. Die Waffen des Illidan. Sturmgrim. Und Zirok Destroyer of World. Ich meine, ich hab ein paar davon an sich geschmiedet. Wir können die uns ja mal anschauen. Ja, halt die Schnauze. Ich raspe kein Süßholz. Ich raspe nur Hartz-Holz. Da. Ne, ich sag's doch schon, ich bin zu schwer. Ähm... Oh, ich könnte mal so... Oh, da sitzt Lydia mit einer der Waffen. Ich wollte ja eigentlich die Warglave of Asinov geben. Aber die wollte sie irgendwie nicht ganz richtig benutzen. Die hat dann immer ein Schild ausgepackt. Sulfuras. Auflegende. Sollte ich mal wieder Zweihänder nutzen dann. Hier ist das Bulwark of Asinov und die Warglave. Die Warglave. Die behalte ich noch. Hm, nom 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 nom. Schlammkrabbenbeine. Eine Delikatesse. Oh man, hab ich da viel. Ja, okay. Oh, ich wollte euch noch zeigen, was ich da so drin hab. Oh ja, das ist auch so ein Mod, den ich hab. Da sind die... Das ist aber nur so ein Style-Mod für die... für theatrische Rüstung. Da kann ich die in vier verschiedenen Arten machen. Einmal, also... Ne, fünf. Einmal normal. In rot. Einmal so als Lava. In Eis. Und einmal so golden. Finde ich recht cool. Kann ich euch auch noch zeigen. Okay, hab ich zweimal. Also ich zeig euch mal... welche Sachen. Warte mal, das ist... Armageddon. Die Waffe, die ich nicht kenne. Dann kommt... Sprout Sword of the Crown. Okay, ich muss sagen, es sieht jetzt irgendwo nicht so gut aus. Ich packe den Doomhammer wieder aus. Aber, naja. Dann der Corrupted Ashbringer. Lass das sein. Aber gut, die Leute können es ja nicht perfekt machen. Die geben sich jetzt ziemlich viel Mühe bei so... bei den... solche Mods zu machen, also... Aber ich finde sowas wie den Ashbringer an sich eigentlich schon schön. Oder den Doomhammer. Dann Destiny. Das Schicksal. Vorsichtig. Das ist ein Dolch. Wie es auch muss als würde es... äh... Wenn eines auf Frost nur drauf gehört, dann entweder Frostschaden oder Seelenfalle. Aber in dem Fall mehr Seelenfalle, weil es ist ja auch die... seelenstehlende Klinge. Oder glaubt ihr nicht? Vorsichtig. Vorsichtig. Den Hammer of Sonaru finde ich an sich auch recht gut gelungen eigentlich. Also ich kann daran jetzt nicht meckern. Und wer an sich so meckert... Äh... Äh... Das passt gar nicht ins Spiel. Ihr... Ihr müsst sowas ja auch nicht abonnieren. Ich mach das einfach, weil ich's gut finde. Weil ich will ja solche Leute unterstützen. Indem ich einfach ihre Mod abonniere. Ich zahle ja kein Geld dafür. Aber... Trotzdem... Ich unterstütze... Indem ich denen zeige ja... Euer Mod ist gut. Und ich abonniere den. Und zeig den extra in meinen Videos auch noch. Um zu sagen, dass sie richtig cool sind. Weil ich WoW Waffen einfach in Skyrim richtig toll finde. Und... Wer's haben will, der kann's ja auch runterladen. Also... Ich will da niemandem... Was vorschreiben. Was er zu abonnieren hat und was nicht. Würde ich gern machen. Würde aber nicht funktionieren. Okay, das ist ganz schön riesig. Aber... Naja... Dann die Torch of the Damned. Da würde ich auch Blitzschaden oder sowas drauf schmeißen. Man, hier sind davon auch schon wirklich überdimensional. Ah, ich bleib bei meinem coolen Doomhammer. Die Walk Lives of Asinov zeige ich jetzt nicht. Weil ich keinen Bock hab, die wieder da an das Ding zu machen. Das dauert wieder fünf Jahre. Weil wenn ich den dann auch wieder falsch hin mache. Was nicht schon mal passiert ist. Was nicht schon mal passiert ist. So... Dann pennen wir mal. Hier ist es wieder richtig scheiße heiß. Aber... Naja... 31,4 Grad. Ist gerade runter gegangen. Langes Leben euch, Tane. Jaja... Hast du überhaupt nen Helm auf? Nö. It's time... To... Neue Drecke braun. Okay... Für mich verarschen. Okay... Ich bin dran. Ich habe das ganze Zeit so gemacht. Ich habe das ganze Zeit geschehen. Ich habe das ganze Zeit. Auf die Schmaden. Ich habe das ganze Zeit. Und ich habe meine Zeit. Aber ich habe das morbidiert.